World Champs in Hamburg, dein zweites Spiel, dein zweites Wunsch. Diese Zeit war es leichter als das letzte Spiel gegen Russland, nicht wahr? Ja, ich würde sagen, es war ein bisschen leichter. Wir kamen sehr aggressiv, haben wir sehr hart, haben versucht, die Pressure anzunehmen, haben sie viel aus dem System. Und dann haben wir versucht, sich sehr patient zu bleiben in diesen verrückten Spiels. Sie sind ein guter Defensiv-Team, sehr scrappier und haben den Ball oft. Wir haben versucht, sich sehr patient zu bleiben und sich anzunehmen von jedem Punkt anzunehmen. Wie wichtig ist es, zwei Wünsche zu haben? Ja, ich denke, es ist sehr wichtig. Ich denke, wir haben vor dem letzten Spiel vorbereiteten für dieses Spiel, am nächsten Tag, also mit unseren Serven und uns patient zu bleiben. Ich denke, es wird ein guter Spiel sein. Wir wollten natürlich unsere Weg gehen, aber ich denke, nicht zu weit nachdenken. Aber ja, alle wollen die Wünsche. Aber ich denke, wir bleiben patient und tun, was wir jetzt tun können, um das nächste Spiel vorbereiten zu bleiben. Wir haben nie ein Format wie das so gemacht, also ich bin nicht sicher, was der Plan ist für morgen. Ich bin sicher, dass wir auf die Liste und auf die Praxis machen, aber unser Coach, Leandro Pinero, hat das 1,000 Mal gemacht. So, er wird uns durch ein guter System und wir werden bereit sein, um Tuesday zu gehen. Und letztes Jahr in Wien, als du mit Lorenn gespielt hast, und ich fragte dich, um das Level mit dem Collegiate Level zu vergleichen. Du sagst, es ist total anders. Jetzt hast du ein bisschen gespielt, aber ist es das gleiche? Oh ja, ich habe eine Frage, wie das Spiel ist anders, von der National Championship match, bis jetzt alles ist anders. Ich meine, alles ist anders. Alles ist aus dem Team, du hast 20 Mädchen behind dir, und all diese Coaches, du und dein Partner, und vielleicht ein oder zwei Coaches behind dir. So, ich bin wirklich tight, und sicher, dass du auf die Save-Page ist wichtig. Aber auch die Play, ist alles schneller, mehr aggressiver, die Serbs sind schneller. So, alles ist anders. So, die Mindset ist, ja, das muss sich von der College nach dem professionell Level ändern. Und die letzte Frage zu dir, Sarah. Was sagen deine Team-Mate von UCLA, dass du jetzt mit einer Mädchen spielt, die am meisten Rival-School spielt? Ich meine, sie sind wirklich unterstützt, sie haben mir nie zu viel gegeben. Aber sie haben immer unterstützt, und ich liebe sie so viel. und ich bin so weit entfernt von Hause. Und sie sind trotzdem texten Sie? Ja, sie sind trotzdem texten Sie. Ich werde immer texten. Aber ja, ich bin auf der Straße für so lange Zeit, um ihre Unterstützung zu haben, und ja, ist großartig, und es bedeutet so viel für mich. Also, es ist großartig. Alles Gute für den nächsten Match. Bis zum nächsten Mal.